Spielt die Wahrheit eine Rolle? Nicht für Gruppen wie Black Lives Matter. Das ist aus vielen Gründen tragisch. Nicht zuletzt, weil dadurch Schwarze ihr Leben verlieren. Wenn es um das Thema amerikanische Polizei, Schwarze und die tödliche Anwendung von Gewalt geht, wissen wir Folgendes. Eine kürzlich von Lois James, Forscherin an der Washington State University, durchgeführte Studie über tödliche Gewalt ergab, dass Polizeibeamte in simulierten Bedrohungsszenarien mit geringerer Wahrscheinlichkeit auf unbewaffnete Schwarze Verdächtige schießen als auf unbewaffnete Weiße oder Hispanoamerikaner. Der Harvard-Wirtschaftsprofessor Ronald Fryer analysierte mehr als 1000 Erschießungen durch Polizeibeamte im ganzen Land. Er kam zu dem Schluss, dass es bei Erschießungen durch die Polizei keinerlei Anzeichen für eine rassistische Voreingenommenheit gibt. In Houston stellte er fest, dass Schwarze mit 24% geringerer Wahrscheinlichkeit von Polizisten erschossen wurden als Weiße, obwohl die Verdächtigen bewaffnet oder gewalttätig waren. Spielt die Wahrheit eine Rolle? Eine Analyse der Schießereidatenbank der Washington Post und der Bundeskriminalstatistik zeigt, dass ganze 12% aller Weißen und Hispanics, die an Tötungsdelikten sterben, von Polizisten getötet werden. Im Gegensatz dazu werden nur 4% der schwarzen Mordopfer von Polizisten getötet. Aber ist es nicht ein Zeichen von Voreingenommenheit, dass schwarze 26% der Opfer von Tötung durch Polizisten ausmachen, aber nur 13% der nationalen Bevölkerung? Das ist es nicht und der gesunde Menschenverstand liegt nahe warum. Erschießungen durch die Polizei treten häufiger dort auf, wo Beamte mit bewaffneten oder sich gewaltsam widersetzenden Verdächtigen konfrontiert werden. Diese Verdächtigen sind überproportional häufig schwarz. Laut der jüngsten Studie des Justizministeriums wurden Schwarze, obwohl sie nur etwa 15% der Bevölkerung in den 75 größten Bezirken der USA ausmachten, für 62% aller Raubüberfälle, 57% aller Morde und 45% aller Körperverletzungen angeklagt. In New York City begehen Schwarze über drei Viertel aller Schießereien, obwohl sie nur 23% der Bevölkerung der Stadt ausmachen. Weiße hingegen begehen weniger als 2% aller Schießereien in der Stadt, obwohl sie 34% der Bevölkerung ausmachen. Die Kriminalitätsunterschiede in New York wiederholen sich in praktisch jeder Stadt Amerikas, in der Rassenvielfalt herrscht. Das eigentliche Problem, mit dem die schwarzen Gemeinden in den Innenstädten heute konfrontiert sind, sind nicht die Polizei, sondern die Kriminellen. Im Jahr 2014 wurden über 6000 Schwarze ermordet, mehr als alle weißen und hispanischen Mordopfer zusammen. Wer tötet sie? Nicht die Polizei und keine weißen Zivilisten, sondern andere Schwarze. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Polizeibeamter von einem Schwarzen getötet wird, 18,5 Mal höher als die Wahrscheinlichkeit, dass ein unbewaffneter Schwarzer von einem Polizeibeamten getötet wird. Wenn die Polizei morgen jeglichen Einsatz von tödlicher Gewalt beenden würde, hätte dies einen verlaglässigbaren Einfluss auf die Mordrate von Schwarzen. In Chicago wurden allein in den ersten 6,5 Monaten des Jahres 2016 über 2300 Menschen erschossen. Das entspricht an manchen Wochenenden einer Schießerei pro Stunde. Die überwiegende Mehrheit der Opfer waren Schwarze. Im gleichen Zeitraum erschoss die Chicagoer Polizei zwölf Menschen, alle bewaffnet und gefährlich. Das ist die Hälfte von einem Prozent aller Schießereien. Spielt die Wahrheit eine Rolle? Falls ja, hier ist eine Wahrheit, die es wert ist, über sie nachzudenken. Es gibt keine Behörde, die sich mehr der Behauptung verschrieben hat, dass Schwarze Leben eine Rolle spielen als die Polizei. Die proaktive polizeiliche Revolution, die Mitte der 1990er Jahre begann, hat die innerstädtische Mordrate drastisch gesenkt und Zehntausende von Schwarzen Leben gerettet. Leider ist dieser Rückgang der Kriminalität jetzt in Gefahr. Wie ich in meinem Buch Der Krieg gegen die Polizei schreibe, ziehen sich die Polizeibeamten von der proaktiven Polizeiarbeit in den schwarzen Vierteln zurück. Dank der falschen Erzählung, dass Polizeibeamte mit mörderischer Voreingenommenheit infiziert seien. Infolgedessen nimmt die Gewalt Kriminalität zu. In Städten mit einer großen, schwarzen Bevölkerung sind die Morde im Jahr 2015 zwischen 54 Prozent in Washington, D.C. und 90 Prozent in Cleveland angestiegen. Insgesamt stiegen die Morde in den 56 größten Städten des Landes im Jahr 2015 um 17 Prozent. Ein fast beispielloser Anstieg in einem Jahr. Viele gesetzestreue Bewohner von Gebieten mit hoher Kriminalität betteln bei der Polizei um die Aufrechterhaltung der Ordnung. Genau die Art von Polizeiarbeit, die von der ACLU, progressiven Politikern und dem Obama-Justizministerium als rassistisch angeprangert wird. Das ist tragisch, denn wenn die Polizei von einer proaktiven Polizeiarbeit Abstand nimmt, kommen Schwarze ums Leben. Verloren wegen eines Mythos. Die beste Forschung und die besten Daten kommen zu diesem Schluss. Es gibt keine Beweise dafür, dass die Polizei Schwarze tötet, nur weil sie schwarz sind. Ich bin Heather MacDonald für Prager University.